Die Öffentlichkeitsarbeiterin Sine Ludwig stellt uns die Aktion des Kinderschutzbundes Blauer Elefant im dritten Türchen vor. Liebe Landauerinnen und Landauer, auch unser Kinderschutzbund freut sich riesig beim Landauer Adventstürchen mit dabei zu sein. Am Eventtag selbst halten wir ein schönes Programm in Form eines Flohmarkts für euch bereit. Unser Flohmarkt, der Kinderladen, wird von 14 bis 16 Uhr im Nordring 31 in Landau für Besucher geöffnet sein. Erwerben kann man dort Second-Hand-Ware für Kinder, zum Beispiel Kleidung, Kindermöbel, Bücher und Spiele. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Untertitelung des ZDF, 2020